Also ich würde ganz klar sagen, nein. Wir haben in vielen Bereichen auf jeden Fall noch Nachholbedarf, was die Schülerinnen und Schülervertretung angeht. Da geht es vor allem einerseits um strukturelle, aber auch finanzielle Möglichkeiten, die einfach jetzt noch vielen Schülerinnen und Schülervertretungen gerade auf Landesebene fehlen. Uns fehlt immer noch tatsächlich, ich würde sagen, ein Schülerpendant zur Kultusministerkonferenz, also tatsächlich eine demokratisch legitimierte Schülerinnen und Schülervertretung auf Bundesebene, die tatsächlich auch die Interessen von allen Landesverbänden vertritt. Und andererseits bin ich der Meinung, geht auch noch viel mehr Einsatz von den Schülerinnen und Schülern aus, die sich zwar engagieren wollen, aber oftmals einfach die Möglichkeiten in den verschiedenen Bundesländern noch nicht gegeben sind. Also wie gesagt, ich habe schon angesprochen, strukturelle Dinge, aber es geht auch oftmals um allein schon die Rechtsform von einer Schülervertretung auf Landesebene, ist in den seltensten Fällen schon tatsächlich geklärt. Und genau, deshalb bin ich der Meinung, dass da auf jeden Fall noch viel Nachholbedarf besteht. Ich sehe die Chance, wenn die Politik sich mehr mit Kinderrechten befasst, darin, dass sie tatsächlich umgesetzt werden in Deutschland und zwar auf einem Niveau, was für eine Industrienation tragbar ist. Ich glaube, so weit sind wir noch lange nicht und wir sollten da auf jeden Fall nachbessern, was kostenlose Bildung für alle angeht zum Beispiel. Wir sollten nachbessern, was tatsächliche Teilhabe auch in der Gesellschaft außerhalb von Schule betrifft. Ich glaube, da gibt es ganz viele Punkte, wo Deutschland noch nicht der UN-Kinderrechtskonvention entspricht. Und ich glaube, an Schulen ist es total wichtig, Schülerinnen zu informieren, neutral zu informieren, was sind ihre Rechte und natürlich auch, dass die Rechte eingehalten werden. Dafür brauchen wir LehrerInnen, Fort- und Ausbildungen, die auch dieses Thema überhaupt behandeln. Sonst wissen LehrerInnen und ErzieherInnen, SchulsozialarbeiterInnen überhaupt, was sie damit anfangen sollen. Mir persönlich ist tatsächlich vor allem diese Wahlrechtsforderung am wichtigsten. Also dass Kindern und Jugendlichen einfach die Möglichkeit gegeben wird, dass man nicht nur über sie spricht, sondern dass sie auch aktiv mitsprechen. Deswegen, weswegen ich auch voll und ganz hinter einem Wahlrecht ab 16 Jahren stehe, gerade hier in Bayern auf einerseits erstmals kommunaler Ebene, aber dann letztendlich auf Landtags- und vielleicht auch irgendwann mal hoffentlich auf Bundestagswahlebene. Dass einfach den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit gegeben wird, ihre Meinung kundzutun. Letztendlich ja auch die Dinge, worüber vielleicht jetzt die Politik entscheidet, über ihre Zukunft auch aktiv mitgestalten dürfen. Und ja, einfach sozusagen mit ihrer Stimme ihre Meinung auch auf politischer Ebene teilzunehmen dürfen. Mir ist besonders wichtig, strukturell Beteiligungsformate zu etablieren, auch schon in Grundschulen, in Kindertagesstätten. Viele Menschen denken, junge Leute haben keine Meinung, junge Kinder haben keine Meinung, aber man müsste einfach mal zuhören. Sie haben ganz viel Meinung und könnten diese Gesellschaft so positiv beeinflussen. Sie haben ganz viel Meinung und könnten diese Gesellschaft so positiv beeinflussen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.